Hallo, mein Name ist Antonino Avarello und ich leite die Kundenbetreuung der Visible GmbH. Wir freuen uns, dass Sie sich für Visible entschieden haben. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr WLW-Firmenprofil optimal vervollständigen können, mit dem Ziel, die Anzahl Ihrer Besucher auf Ihrem Profil zu steigern. Hierbei ist der Profilinhalt am allerwichtigsten. Wenn Sie verkaufen möchten, müssen Sie Ihr Produktangebot zeigen. Content is King. Stellen Sie möglichst viele Informationen für Ihre Besucher bereit. Lassen Sie uns starten. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eingeloggt sind. Wenn Sie Fragen zum Login haben, empfehle ich Ihnen, unser Video zum Onboarding anzuschauen. Zu den wichtigsten Inhalten Ihres Firmenprofils, um gut gefunden zu werden, gehören die Kategorien und die Beschreibungstexte. Auf diese Elemente möchte ich heute näher eingehen. Starten wir mit der richtigen Pflege der Kategorien. Im Kategoriebereich sind nun vier Dinge wichtig. 1. Vollständige Ausnutzung der gebuchten Kategorien 2. Anbietertyp 3. Ansprechpartner 4. Kurzer Beschreibungstext Kommen wir nun zu dem ersten Punkt. Vollständige Ausnutzung der gebuchten Kategorien. Links oben können Sie überprüfen, ob Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Kategorien befüllt haben. Dabei sind die Business-Kategorien Ihre bezahlten Kategorien und somit die wichtigeren, weil Sie in den Suchergebnissen ein hohes Ranking haben. Tragen Sie hier also Ihre wichtigsten Kategorien ein, unter denen Sie gefunden werden möchten. Die Bonus-Kategorien haben Sie gratis dazu bekommen. Sie erscheinen in den Suchergebnissen unter den Business-Kategorien und über den kostenfreien Profilen. Mindestens Ihre Business-Kategorien sollten immer vollständig befüllt sein, damit sie bestmöglich auf unserer Seite gefunden werden können. Wenn das nicht der Fall ist, gehen Sie auf Ihre Kategorien hinzufügen und suchen Sie hier nach den für Sie passenden Kategorien. Sie können die Kategorien jederzeit in den Bonus-Bereich schieben oder wieder löschen und durch andere Kategorien ersetzen. Zweitens Anbietertyp In den Kategorien ist wichtig, dass der Anbietertyp Hersteller, Dienstleister etc. angegeben wird. Einkäufer können nach den Anbietertypen filtern und so stellen Sie sicher, dass sie bei den passenden Suchanfragen gefunden werden. Drittens Ansprechpartner und Verlinkung auf die Homepage Pro Kategorie können Sie den richtigen Ansprechpartner inklusive Kontaktdaten angeben. Außerdem können Sie individuelle Verlinkungen zum Beispiel direkt auf die richtige Produktseite je Kategorie hinterlegen, sodass ein Interessent direkt auf der richtigen Seite landet. Viertens Beschreibungstext Im Beschreibungstext können Sie in 200 Zeichen kurz Ihr Angebot je Kategorie formulieren. Es ist sehr wichtig, dass Sie ein gut ausgefülltes Profil haben und eine genaue und präzise Beschreibung hilft Ihnen, besser gefunden zu werden. Ein weiteres sehr wichtiges Element, um Ihre Auffindbarkeit zu erhöhen, ist die Kurz- und die Langbeschreibung. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Kurzbeschreibung von 200 Zeichen einzufügen, die ganz oben auf Ihrem Firmenprofil erscheint. Achten Sie daher darauf, dass der Profilbesucher direkt einen guten ersten Eindruck Ihrer Firma bekommt. Darunter können Sie noch einen längeren Profiltext erstellen. Dieser kann bis zu 3000 Zeichen lang sein. Generell gilt bei den Texten. Verwenden Sie richtigen und am besten einzigartigen Inhalt ohne Doppelungen. Versuchen Sie, in den Worten zu sprechen, die auch Ihre suchenden Kunden nutzen würden, um besser gefunden zu werden. Vielleicht haben Sie bereits Inhalte, die Sie auf Ihrer Webseite nutzen, dann können Sie diese einfach etwas umformulieren. Nun müssen Sie aktiv werden. Stellen Sie Ihre Kategorien mit allen Details ein. Pflegen Sie Ihre Beschreibungstexte und füllen Sie Ihr Profil mit zum Beispiel einem Video, Bildern oder Zertifikaten. So erhöhen Sie die Besucher auf Ihren Profil. Wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich bitte jederzeit bei uns unter kundenservice-at-visible.com Mein Team unterstützt Sie gerne und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß mit WLW.